Wir sind hier das Niederhelfensschwil auf dem Betrieb von Felix Jung. Wir setzen auf einen persönlichen Kontakt mit unseren Kunden. Darum bekommt jeder Züchter eine auf seinem Betrieb zugeschnittliche und individuelle Beratung, so wie es hier der Roger Kempf als Zuchtberater macht. Gehen wir doch gleich in den Stall. Bei der Zuchtberatung machen wir dem Betriebsleiter pro Kuh vier spezifische Anbaarungsvorschläge. Dabei kommen digitale Hilfsmittel als moderne Werkzeuge zum Einsatz. Damit geben wir ihm wertvolle Inputs, damit er sein Zuchtziel mit maximalem Fortschritt erreichen kann. Ein wichtiges Hilfsmittel dabei ist die Ökonomik, die aus dem Erbgut der Kauber wichtige Hinweise zur Zucht liefert. Mit der individuellen Zuchtberatung leisten wir dem Braunviehzüchter eine wichtige Dienstleistung durch unsere kompetenten Berater, damit er sein Zuchtziel erreichen kann. Untertitelung im Auftrag des Zucht. Untertitelung im Auftrag des Zucht. Untertitelung im Auftrag des Zucht. Untertitelung im Auftrag des Zucht.